So, heute ist Tag 3. Wir sind wieder mal ein bisschen spät unterwegs. Diesmal lag es aber wirklich am Regen. Nicht, weil wir so lange zu Hause bleiben wollten. Aber es hat durchgehend geregnet und da blieb uns nichts anderes übrig, als im Hotel zu bleiben. Wir haben jetzt 15 Uhr. Die Jungs sind schon draußen. Putzen gerade die Autos. Wir fahren jetzt mal los und schauen mal, was so los ist. Das ist eigentlich unser letzter Tag, weil morgen Reisen mache ich schon ab. Und ja, wir genießen trotzdem noch unseren letzten Tag, auch wenn es scheiß Wetter ist. Momo, jetzt ist es wieder. In 10 Minuten regnet es wieder. So, ich fahre wieder bei Emomit. Wir fahren gerade sowieso aus wie zur Turbo-Kurve. Wir fahren gerade den anderen hinterher. Wir glauben, heute wird nicht mehr so viel los sein. Wie gesagt, heute ist auch unser letzter Tag. Aber wir machen das Beste draus. Und lasst uns nicht vom Wetter uns die Laune verwerben. Wir sind immer gut drauf, oder Mau? Immer. Immer? Immer, immer. Egal was ist. So, jetzt sind wir hier gerade an der Turbo-Kurve. Ja, dem Wetter entsprechend. Es ist schon ein bisschen trotzdem los, muss ich sagen. Aber wir fahren weiter. Und schauen mal noch Richtung Mischkulnik, was da geht. Und gehen wahrscheinlich noch ein bisschen was essen. Ja, die Frage ist schon ganz schön. Aber wir sind ja nicht mehr so. Also kommt ja immer noch zusammen mit dem Aachen. Ich bin ja immer noch kind. Muhen mal, wie? Warten mal, wie? Ich bin ja immer in der Säure-Kurve. Das ist ja Amber-Kurve. Nein. Dann würde ich mir da zufallen. Richtig nicht einfach zug. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ciao, danke fürs Zuschauen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020